Goldpulver? Ich weiß noch nicht, wie viel. Der pumpt, glaube ich, automatisch raus hier. Ich mache den Goldpulver. Oh. Glowstone. 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 Ja, dann hast du doch. Ich gucke mal, wie das klappt mit der... Weil ich wollte ja... Da soll ja eine Tür hin. Weißt du, deshalb habe ich das so gemacht. Ich möchte ja hier eine Tür reinsetzen. Hier, hier, hier. Eine Tür rein, weißt du? Alter. Und... Ich weiß nicht, wie ich das anders hinkriegen soll. Da hätte ich jetzt sozusagen... Hier die Tür hingesetzt. Achso. Ich habe schon etwas vergessen. Nein. Hier. So, hatte ich gedacht. Weißt du? Deshalb habe ich die Treppe jetzt einen dahinter gesetzt. Ist doof, ne? Ich weiß. Ist... Ist... Suboptimal. Wie die Löcher hier im Boden. Die sind auch suboptimal. Aber irgendwas ist ja immer. Wobei man hier vielleicht... Es gibt doch auch diese... Nee. Es gibt doch auch diese hier. What? Orgwood Strip? What the heck? Wie mache ich denn einen Orgwood Strip? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mit einer Säge oder so? Keine Ahnung, wie ich einen Orgwood Strip mache. Dann könnte man hier... Vielleicht... Ein so ein dickes Stück Kabel reinsetzen, dass man hier nicht mehr durchfällt. Habe ich gerade so... Gedenkt. Weiß nicht, ob das geht. Aber ich glaube, das geht. Das wäre eigentlich eine feine Sache. Aber ich muss wissen, wie Orgwood Strip geht. Warum? Achso. Machen wir das mal weg. Eigentlich könnte man mal wieder den Maserator anschmeißen. Maserator. Die Messfabricator anschmeißen. Aber ich glaube, wir haben auch noch nicht... Naja. So ein bisschen. So ein bisschen was ist dabei gekommen. Das ist jetzt nicht die Supermenge, die man damit produziert. Ich denke mal, wenn der jetzt an ist... Dann saugt es die auch wieder leer. Ja. Ja, Säge. Dann sag mir doch mal eben, wie Säge auf Englisch heißt. Hahaha. Säge. So. 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 Welche nehmen wir denn? Für Holz sollte doch eigentlich hier diese Ranzelsäge halten. Ähm... Weißt du was? Ehrlich, ey. Achso. Hehehe. Und, äh... Was? Iron? Okay. Ja, wir wollen ja nicht übertreiben hier. Aber so ein Stone-Rod ist ja jetzt nicht so schwierig. Ja, und Sticks kriegen wir auch noch hin. Lass uns mal so eine Säge machen. Ist die das? Ist das die richtige Säge oder brauche ich eine andere? Alter, ich hab gedacht, ich hätte da Couple Stone reingeschmissen, aber das war wohl doch nicht so. Couple Stone. Ach, guck. Mir kommt da wieder was an. Warum? Ist Dirt im Überlauf hier drin? Könnte sein, ne? Das ist ja dann extra so gemacht. Ja, ich, äh... Ich probier das einfach mal aus. Warum auch nicht? Hier, 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 hier und hier. Der ist meiner. Und wir sind sowieso ein bisschen, äh... Ein bisschen hart gefüllt hier mit Sachen. Warum hab ich denn hier so ein... Kack dabei? Braue ich auch nicht. Die Schilder brauchen wir auch nicht. Ich brauche auch nicht so viel Redstone. Ich brauche auch nicht mehr die Platten. Äh, ich hab hier noch die leeren Zellen. Ist egal, die will ich jetzt auch nicht mehr. Mit denen könnten wir halt noch so... Mal eben... Äh... Ja, mit Eisenplatten geht das auch nicht. Haben wir denn, äh... Wie viel war da? Zwei brauche ich, äh... Acht, ne? So, dann haben wir die auch verwurstet. Die Dinger kann ich erst mal hinten in die, äh... Küste legen. Eigentlich... Brauchen wir davon keiner mehr. Wird halt sowieso nicht machen. Ab... 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 Die... Ne, die... Ab... Die Abdinger hier. Wobei da echt nicht genug bei Haus kommt. Upgrades. Es leckt. Ich hab auch noch deine Kabel bei. Und die anderen auch noch. Wir müssen sowieso da hin. Hier hab ich so eine kleine Automatik gemacht, weil ich keinen Bock hatte zu rennen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Äh... Mächt die Kabel mal wieder hier rein. Und hier ist bestimmt schon was angekommen. So. Dann lass uns, ähm... Vier Stück Kristallor raus. Mach mal hier noch ein paar. Ist egal. Hab ich? Eisen hab ich. Und dann brauchen wir noch Sticks. Haben wir auch zwei. Das reicht uns doch. Lass uns die da machen. Lass uns die da einfach mal machen hier. So. Zack. So. Und so. Säge. Ausgezeichnet. So. Und da brauchten wir, äh... Ganz normal... Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß auch gerade. Lass uns mal hermachen. Das kann doch nur der Chris sein. Das kann doch nur der Chris sein. Hat er seine... Hat er seine Küche fertig? Hör auf, Alter. Hör auf. Ich bin bei Klopp geworden, ey. Alter. Ich hab gedacht, ein Kühlschrank ist schwer. Und eine Spülmaschine ist schwer, ja? Aber? Aber das eine Abzugshaube mit zwei Mann tragen muss. Alter. Na ja, sie ist, äh... Im ersten Moment zumindest schon mal sperrig. Sperrig? Alter. Ich... Ich so... Meine Frau, äh... Kannst du kurz die Abzugshaube holen, so? Alter, die kommt so... Ja, wie süß. Wie war's? Ja, du musst dir ja auch nicht unbedingt eine Reinforcement-Abzugshaube holen, ne? Ja, echt, ey. Äh, Fanny, das hat nicht geklappt. Hast du gesehen, ne? Das hat echt überhaupt nicht geklappt, ey. Was hast du denn gemacht für eine Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Ich hab was falsch gemacht oder so. Oh, guck mal, ey, jetzt... Äh, so. Das sind sie doch. Haha. So geht das doch. Was wollte ich denn überhaupt damit machen? Ich weiß weder. Wir probieren das. Also, ein davon. Leim. Rot hatten wir allem im Angebot und Orange, ne? Mal sehen, ob das klappt. Äh. Macht das richtig? Nicht? Ja. Das war ja auch nur eine Idee. Hat auch nur eine Idee. Wie war das denn? Org Woodstrip. Org Wood Planks. Dann ist das wahrscheinlich gar nicht das, was ich haben will, ne? Wirst du nie was haben, oder? Hä? Du willst doch nie was haben. Oh. Irgendwie hab ich die wahrscheinlich falsch gemacht. Also, mich fragt ja echt nix, ne? Ja. Rechts neben die Säge. Du siehst ja, was dabei rumkommt. Rechts neben die Säge. Rechts neben die Säge? Aber hier hab ich noch so Dots, hab ich da noch über so Mini-Dots. Flucht, okay. Was hast du denn wieder versucht für ne Scheiße? Ich brauche... Jetzt kommt's, ja. Ähm. Wie sagt dir dat? Ich brauche... Org Woodstrips 46,99 Doppelpunkt 769. Das ist mir gerade verarscht. Ich bin doch gar nicht da. Jetzt sind die im Endeffekt, sind dat schon die? Ich bin nur zu blöd, die zu craften, glaube ich. Ja, ist ja... Macht ja auch nix. Es gibt ja nur so ungefähr ne Milliarde von den Teilen. Ja, genau. Und welche... Das ist das Problem. Welche brauchst du ja, ne? Ja, und wie werden die dann gemacht? Chris, das ist viel schlimmer. Also, wenn ich die jetzt so da drunter lege, ne? Dann habe ich erst mal solche. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich die noch woanders hinlege. Ob der da auch noch was draus macht? Macht er nicht. Alter! Hier ist ne Pipe. Pass ihm ja. Alter! Guck mal, vielleicht so? Pillar? Vielleicht erst mal Pillar draus machen? Guck mal, machen kostet das gleiche. Nee, die werden immer kürzer. Das war, glaube ich, jetzt nach 6, ey. Was ist hier denn los? Ich muss die erst mal wegschmeißen, die Scheiße, ey. Die kacktbräu' ich nicht, ey. Alter, Alter. Ich habe kein Mensch und die bräu' ich auch nicht mehr. Funktioniert nicht. Ich habe Sachen gemacht. Und was? Sachen. Ja, was? So. Um mir Arbeit zu erleichtern, sozusagen. So. Jetzt habe ich die. Runterlegen bringt nichts mehr. Danebenlegen bringt nichts. Ich kann nur so hinlegen. Dann kriege ich die Strips, die er nicht will. Ork Wood Plank Strips. Kann das ja sein, dass bei uns da irgendwas fehlt? Das habe ich so gerade im Gefühl. Und ich brauche Ork Wood Strips. Warum brennt das da draußen? Oder hat das gerade gebrannt? Weiß ich nicht. Und das sind Plank Strip. Ich brauche ohne Plank. Ach, ich will die doch gar nicht machen, Mann. Alter, hier ist Lava. Bist du bekloppt? Was ist denn? Was hast du hier gemacht? Hier draußen. Ich habe die Lava da. Ja. Habe ich gestern schon. Ja, wo brennt. Das tut ja, wie Karlowak da gebrannt hat hier. Ach, das ist nicht schlimm. Viel schlimmer ist, dass ich eben hier vom Creeper gesprengt wurde. Wie du unschwer erkennen kannst. Ja, das sieht irgendwie anders aus. Ein bisschen. Das sieht irgendwie leicht verändert aus. Ja. Bist du, glaube ich, in Italien schon hast du ein Knieproblem. War, Stinker? Ja, war nur das eine Mal. Die Pipes habe ich da gesetzt, weil ich echt Milliarden von diesen Ventilatoren brauchte. Und ich hatte dann richtig schön den Reaktor vorziert für Fanny. Und dann festgestellt, dass ich das so nicht machen kann. Guck mal, ich kann dir das mal eben zeigen. Oh, guck mal, Blümchen. Ja. Und jetzt wollte ich hier rechts und links ein Schwert reinpacken. Ja. Und sobald du da ein Schwert reinpackst, gibt dieser Ständer ein Redstone-Signal aus. Nein. Ja. Also, bleibt noch vielleicht eine Idee, die du hattest, wie der zu verzieren wäre. Vielleicht ist die ja schöner oder besser. Und dann kannst du den ja mal so verzieren und dann mal mit Fanny sprechen, ob das, vielleicht ist die deine Lieber. weil wir könnten auch, wir könnten auch, da müsste ich jetzt den Ton ausmachen, um mit dir sprechen zu können. Ich hätte auch schon wieder andere Ideen. Aber vielleicht hast du ja die gleiche, wer weiß das schon. Also eine Sache, die wir quasi bei den anderen Reaktoren viel benutzt haben. Richtig. Ja. Können wir auch machen. Ja. Genau. Das mache ich ja. Aus Baumstämmen? Ja, da sagst du was, Fanny. Aus Baumstämmen. Da sagst du was. Wir holen wir mal raus. Ich hol mal Stämme. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Geh mal nach Hause. Die Fanny, die hat immer, die hat immer eine Idee. Ich weiß auch nicht. Ich hätte schon keine mehr gehabt, aber die hat wieder eine Idee gehabt. Wir nehmen auch Ork, weil da Ork stand. Morg vorm Ork. Weiß ich nicht. Muss der jetzt daneben sein oder da drüber oder da drüber. Ja. Zack. Und was macht die Position draußen? Ah, ehrlich ey. Warum? Warum bin ich immer so eine Hohlbirne? Ja. Hier weg. Wir haben ein bisschen was zersicht jetzt. Das ist schön. Produktion. Der Messfabricator ist an. Und ich hab Iridium eingescannt. Echt? Und alle vier Reaktoren laufen mittlerweile. Iridium, ja. Und, ähm... Jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Deshalb sahen die auch so ein bisschen dunkler aus. Alter, wir haben auch kaum noch was im Tank. Ne? 295 erst. Wie viel hat der jetzt davon verbraucht? Wieso hat der die jetzt... Ach... Weiß ich nicht, ehrlich ey. Ey, du... Du kleiner Arschloch. Ne, du kriegst doch nicht viel raus. Ich weiß. Was ist denn? Er hat sich äh... Dings geändert, ne? Sie rausgenommen, die Updates, ne? Die ich da gestern reingehauen hab, ne? Wo? Wo rein? Die Sportherstellung. Da hab ich doch wieder reingelegt. Ich hab da gestern acht Stück reingelegt gehabt. Ich hab eigentlich... Ich hab eigentlich alle, die ich rausgenommen hab, wieder reingelegt. Das bringt ja nix. Hast du da nix von? Ne. Das hab ich... Die hab ich doch gestern schon rausgenommen gehabt. Das hast du gar nicht mitgekriegt gestern oder was? Ne. Weil ich hab doch gestern... Die Kiste haben wir voller Steine noch gepackt. Ich hab die Scheiße noch... Ja, aber der ist doch mit fünf sowieso schon schneller, als er sein muss. Ja. So, okay. Von daher... Von daher ist das doch scheißegal. Jetzt ist das doch okay. So, ich muss mir jetzt mal mal ein Lager kommen. Ich hab... Boah, Alter. Hier ist ja kaum noch was drin. Kannst du dich mal um Ressourcen kümmern? Was denn? Welche denn? Weiß ich doch nicht. Ne. Ich kenn mich mit Ressourcen, kenn ich mich ja nicht aus, Christoph. Weißt du ja. Ah, Webstone, ja. Eigentlich, äh, für die Löcher könnte man die ja auch noch nehmen, ne? Alter. Wie sieht man die ja auch noch mal aus? Alter. Wie sieht man da aus? Was ist der Rote? Leck mich auf, mein Schub. Na toll, das hat ja ausgezeichnet geklappt. Ich glaube, ich brauche da mehr von. Herrlich, ey. Piss die Wand an. Wenn wir... Wenn wir drei davon hätten jeweils, möglicherweise klappt das dann. Geweckt. Das ist dann zwar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hab, aber immer noch besser als anders. Oh, gib mal her. Ähm. Ich weiß nicht, ich brauche, ich brauche, äh, ich brauche ein paar. Wir machen jetzt einfach mal ein paar. Herr Kumpel, welche Kiste war für Kohle und einen, äh, für Stahlherstellung? Was? Welche Kiste für Kohle war? Weiß nicht mehr, ne? Egal. Wo hatten wir die denn hingestellt? Ja, ich bin ja schon... Wir hatten die da auf der anderen Seite rübergestellt oder so? Nein. Habe ich irgendwie gerade Grafikfehler gehabt? Sag mal, der ist das? Ach so, weil ich das Ding in der Hand hab. Oh, ey. Macht mich ja fertig, ey. Ach so, hier meinst du? Ja, so, das ist die. Äh. Okay. Ey, guck mal, die berührt die hier oben. Hast du das gesehen? Ja, ist aber nicht schlimm. Da hat nichts zu sagen. So, ich steh mal wieder kurz. Ist das nicht am Ende, ist das nicht am Ende sogar egal, welche Kiste du für was nimmst? Ja, eigentlich schon, im Endeffekt. Mal gucken, ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt auch so'n Ding craften sollen, ja? Ja, genau so'n Ding. Genau so'n Ding. Also gut, jetzt haben wir ja das. Mann, ey. Chris, du lenkst mich ab und bringst mich durcheinander. Jetzt läuft der rote Reaktor, ohne Sicherheitsschaltung. Nee, ne? Ja. Bist du verarschen? Ja, alles nur wegen dir. Warum wegen dir? Ja, aber... Hast du gerade den Arsch auf? Gegen Schuldigen muss er ja haben. Bah. Kleiner Schweinepriester. Ja. Moment, der kann... Moment, der kann... Aua, ah. Alter. Echt? Schrecklich. Das ist so was ich nicht wissen, ey. Das ist nie was. Ah, schön. Kannst du aber die Tür in den so pfeifen? Warum? Jetzt erklär mir bitte mal, warum der sich nicht verbindet. Wie hohl ist das denn bitte? Ganz einfach, weil der in das Rohr drin ist. Du müsstest mit dem Rohr auch direkt dahin gehen. Du musst das Rohr von dir aus gehen nach rechts auch machen. Oder so. Siehst du? Ah, cool. Aber man fällt nicht mehr rein. Man fällt nicht mehr rein. Ja. Das ist echt super nervig, Chris. Das Dumme ist, dass wir jetzt wieder... Nee. Fehlt mir nicht. Hier hat er sich verbunden. Gut. Das sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber man fällt nicht mehr in das Loch. Ist doch schön. Ja. Mit Merkwürdigkeiten habe ich echt... Echt. Echt. Muss ich mir noch ein paar Kabel holen. Äh, 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 äh. Oligpanda, du verhaust da irgendwas. Der ist nie der. Also, da muss ich auf Weihnachten, Ostern und alles auf einen Tag fallen, der der Junge mal lieb ist. Wat? Ich bin doch immer lieb. Wann hast du denn jetzt schon wieder? Wann denn? Honig-Fluff. Honig-Fluff? Der meint doch, wie ich, du Pfeifele habe, natürlich auch mal richtig lesen. Soll nicht mal so Schimpfwörtern putzen, du Horn-Ochse. Wieso? Der meint dich. Ja. Du nimmst so viele Schimpfwörter. Ja. Weil du immer so lieb bist, meint er. Ja. Der kennt dich noch. Siehste? Der kennt dich noch. Nee, der hat das erkannt. Nee, der kennt dich. Der hat das erkannt, dass du, dass du mich immer so mit so bösen Wörtern belegst. Ja. Und ich weine mich dann abends im Schlaf. Du Arsch! Aua! Deiner Hosen ist scheiße. Was rennst du denn? Was rennst du mir denn hinterher? Geh weg. Ich gucke genau, was du hier machst, für eine Scheiße. Dein Vater wollte auch gucken, den habe ich auch weggeschickt. Echt? So. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr runterspringen. Ich sag lieber nichts dazu. Aber unten verbindet er sich ja, ne? Irgendwie, äh... Warum muss ich oben das Kabel setzen? Und, äh, ist ja auch egal. Soll mir auch recht sein. Wacht doch einfach nicht. Das bringt eh nichts. Paul, ich bin da. Gute Idee. Warte. Hm. Ah, da musst du ja nur ein Kabel dann dafür setzen irgendwie. Ach, weil er das dazwischen setzt. Ah ja, gut. Ich glaube, so langsam versch... Aua. Ich soll die Hand geben. Ich sag nicht, die Hand gebe. Wo, 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 wo? Chris, wo, verdammt. Was, wo? Ich weiß nicht mehr, wo. Weil, hab ich denn jetzt... Den hab ich gemacht. Die Fanny hab ich doch noch nicht gemacht, Mann. Ja. Hallo? Ja. Ja, da ist noch ein Loch. Pupp. Ja. Pupp. Ja, er hat verbunden. Cool. Ja, war. Ist auch verbunden. Und das Ganze muss ich hier aber auch nochmal machen. Auch. Das sollte aber auch möglich sein. Ich hab den roten weggelegt. Den hätte man schon mal machen können. Aber ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Dann hätt ich die Kabel nicht mitnehmen brauchen. Aber ich muss ja nochmal... Ich muss ja nochmal welche... Wenn du musst, dann musst du ganz weg gehen. So. Also ein... Ne, 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 ne. Ich stemme mich nur an. Nicht hier in der Ecke. Mal gucken. Ja, ich stemme mich drüben in der Ecke. Weil ich weiß genau, wenn ich mich jetzt hier in der Ecke stelle... Mach den Ecken nur wieder scheiß mit mir. Einmal die Fanny. Einmal orange. Und einmal grün. Läuft. Und die Dinger... Packen wir für schlechte Zeiten hier rein. Und den brauchen wir nicht. Und den haben wir. Und die brauchen wir nicht. Weil ich es jetzt verstanden habe. So nach 37 Mal. Wie die Hand geben. Meinst du, ich packe den an? So, ich habe mir jetzt mal mein Schreibtisch gesetzt. Ich bin sofort wieder da. Und dann fangen wir auch an mit zu drehen. Der hat es hier bei unten nicht verbunden, der Lümmel, ne. Kann das sein? Da gucken wir gleich nochmal nach. Kann ich den vielleicht schon direkt so da reinsetzen? Ja, Siggi. Das brauchst du gar nicht wegnehmen. Du setzt den einfach da rein. Ja, ausgezeichnet, ehrlich. Ey, ich bin ein Horst. Es könnte alles so einfach sein. Wenn ich das nicht machen würde. Es ist ja alles gut, Mann. Die anderen beiden Löcher stupfen, wenn das soweit ist. Oder jetzt. Temporär. Haha. Cool. Das war eine gute Sache. Ich weiß, was auch eine gute Sache wäre. Ich erkläre das mal eben. Was? Es ist hell. Hörst du mal auf? Du bist ein dummes Arschloch. Ehrlich, ey. So, weil ein Kollege so doof war. Ich glaube, ich habe auch noch das andere Schwert hier. Gut. Gut. Schön durch die Löcher laufen. Jetzt ist wichtig. Warum liegt der denn schon wieder da rum? Geht der aus? Geht der aus? Ja, schön. Jetzt kommt man nicht mehr schnell nach unten, wenn man will. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Wie sieht eigentlich mein Anzug schon wieder aus? So, wir brauchen mehr Reaktoren. Nicht mehr Reaktors. Da können wir mal eben nach dem Ding gucken, wie das so... Ist ja noch was drin, ne? Jetzt erstmal die nach vorne. Schön, schön. 340. Chris, bist du jetzt weg? Hast du keinen Bock mehr? Der ist da hinten wieder an seiner Hütte. Ja, als wenn es hier nicht genug Arbeit gibt, um was Besseres zu tun. Aber nein. Ist wieder an seiner Hütte rumschrauben. Immer das Gleiche. Ich muss mich wieder um alles kümmern, ihr. Das ist aber auch komisch, dass das in der Mitte liegt, oder? Oder ist das willkürlich? Wahrscheinlich, weil er als erstes produziert wurde, oder so. Oh, was haben wir denn hier für eine? Wolltest du vielleicht eine Common haben, oder so? Weil ganz ehrlich, Fanny, bis jetzt ist hier nichts draus geworden. So lange, wie ich das mache, ne? Die haben sich nicht verändert. In den Dingern entwickeln die sich, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, die entwickeln sich tatsächlich nur weiter in... Ne, falsch. Die entwickeln sich in den Dingern weiter, aber nur, wenn er Rahmen einsetzt. So war das. Und ich habe das sogar mit Rahmen gemacht, meine ich. Am Anfang, ne? Irgendwie hat das auch nicht geklappt. Ich habe das aufgegeben mit den Bienen, glaube ich. Da sind die Bäume ja noch interessanter. Echt jetzt. Aber Bienen sind halt gut für Honig. Und Honig braucht man für Bäume. Habt ihr eigentlich was in Minecraft geplant? Geil, ne? Der Fanny Reaktor ist geil, ne? Sag ich doch. Was haben wir geplant? Wir haben nie einen Plan. Wir haben noch nie einen Plan gehabt. Wir haben noch nie einen Plan verfolgt. Also der allererste Plan, mit dem wir das Let's Play gestartet haben, war, dass wir einen Reaktor bauen. So. Gucken wir mal eben. Ja, ist fertig. Ja, dann kann ich auch ausmachen. Und weil wir gerade von Reaktor reden, ich mache jetzt nur zwei Reaktoren für dich. Weil wir sie brauchen. Wir brauchen das einfach. So viele habe ich davon nicht mehr, ne? Ach, das sind Dents. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Chamber geht. Natürlich mit dem Basic Machine Casing. Was denn sonst? Hier ist aber auch so wenig Eisen drin. Ehrlich gesagt. Da kannst du ja nichts mit anfangen. Da muss echt mal wieder Eisen rein. Oh, mach Eisen. Na toll. Na toll. Da muss ich ja nichts mit anfangen. Ne. Oh. So, und das meldet hier. Genau, da rein. Und Kupfer und Zinn. Und, ja gut, da sind hier unten ja auch noch welche. Ist ja nicht so, dass nichts mehr da ist. So geht halt nicht. Dann gibt mir auch den Zinn. Das ist doch die falsche Kiste, Mann. Ich komme mit meiner eigenen Klamotte nicht klar. So. Wunderbar. Das haben wir jetzt hier im Angebot. Dann gibt mir das mal. Da kriegen wir 8 drauf. Das ist doch viel zu wenig. 8. Wie viel brauchen wir denn? Was hat man letztes Mal gesagt? 12? Brauchen wir 12? Eine hätten wir eigentlich noch, ne? Alle. Ja. So, ich bin auch wieder da. Ja. Leap Play. Wer kloppt hier vor meine Tür? Hast du wieder was vor meine Tür gestellt? Ach so. Leap Pisch? Was? Hast du wieder was vor meine Tür gestellt? So, ich war da nie dran. Ich war da nie dran. Ich habe damit nichts zu tun. Ach, warum soll... Warum glaube ich da nicht? Ich bin auch extrem unschuldig. Warum glaube ich da nicht? Guck mal, wie viel Leap Play ist. Wir haben... Scheiße. Ich werd weich, ey. Ah, so. Ja, und OBS, wa? So. Chamber haben wir. Chamber haben wir echt jetzt. Und, äh... Da starten weist du nicht. Das heißt, wir brauchen 8. 2 Generatoren. 2 Generatoren? Generatoren. Generatoren. Kannst auch Gene sagen. Generatoren. Generatoren. 2 Generatoren. Generatoren. Du hast doch echt gelitten. Oh, Schmetterling. Ach, da hinten sind die gelandet. Boatige Blümchen. Ich hab mich verschämt heute. Ähm. Ähm. So. So, was hatte ich heute vor? Genau, ich wollte das Ding umbauen. Ist das jetzt richtig gewesen? Mann, scheiße. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ja, aber ich muss ja erstmal ein Iron-Fournaze machen. Ist doch. Ne, ist doch richtig. Ich hab... Ich weiß auch nicht, ey. Und fertig. So. Wie viel Dense-Geräte haben wir jetzt? Haben wir noch andere? Haben wir nicht mehr. Acht. Boah, ich soll nicht mehr. Kann ich den hier abbauen? Ne, das ist doch gar nicht. Den auch. Boah ich hier auch ab. Wie geht's hier? Und so. Irgendwie hab ich ein Déjà-vu. Sechs? Sechs? Wie komm ich denn... Wie... Warum... Weshalb denn überhaupt? Chris. Was denn? Wieso? Hä? Man fragt sich... Man fragt sich einfach nur, wieso. Ja? Was willst du von mir? Verstehst du, was ich meine? Weißt du... Du weißt gar nicht, was ich dir sagen will, ne? Ne, ich den kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für ein Problem du gerade hast. Ja. Ich auch nicht. Ich kann es dir... Ich kann es dir nicht sagen. Eigentlich. Warum denn nur sechs? Warum denn jetzt schon wieder so? Er wird doch gerade schon falsch gemacht. Machst immer was falsch. Siehste, der schimpft schon wieder mit mir. Kleiner Lübbe. Ich schimpf nicht. Ist doch nur die Wahrheit. Ich schimpf nicht. Ich schimpf nicht. Alter, ich bin der liebste Mensch auf dem Bild. Hallo? Ja gut, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Ich lasse die einfach in dem Glauben, dann ist das ja auch in Ordnung. Nein! Jetzt müsst ihr mich doch gerade verarschen. Ja, ehrlich, das habe ich gerade auch gedacht. Siehst du? Der ist ganz geblieben. Hast du das gesehen? Wie geil ist das denn? Ich kann mich verarschen. Was denn? Ich weiß nicht, ob der ganz geblieben ist. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Du kommst da nie wieder raus. Du kommst da nie wieder raus. Aus der Gans? Ja. Dann müsste das Lied ja ganz anders gehen. Weiß mal, wie schaffst du da ist. Fuchs, du bist jetzt in der Gans. Du kommst da nie wieder raus. Hörst dich das mal gut aus. Dann komm mein Kabel hier. Oh, Chris, du könntest mir echt einen Gefallen tun. Du kannst mich echt mal gerade an der Upa schmatzen. Mann. Ich baue gerade mein Kraftwerk ab. Was? Baust du das ab? Ja. Dein Haus? Was hört da oben hin? Mein Kraftwerk. Ach, Kraftwerk. Ich hab verstanden, mein Fachwerk. Ja. Hier steht immer noch diese Kiste rum. Hä? Ach, guck mal. Der hat sich nur die schönen Sachen da rausgenommen, die er haben wollte oder so. Wer? Ja, wer? Wer denn? Wer ist denn hier sonst noch so? Äh. Äh. Ja, und zu ihrer sag ich ja auch immer der. Ja, machst du immer. Äh. Der ihrer. Deswegen kriegst du aber immer auf die Fresse von ihr. Wisst du, nicht immer ich. So. Komm, wir werden dann sofort hier, ähm... Wurst, 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 Wurst. Wurst, Wurst. Du hast gleich so einen hier aufstellen. Mal gucken, wo ich am besten hier aufstelle, dass ich den Strom auch da hinfügen kann. Und hier habe ich noch diese, äh... Die Säge ist ja hier ganz gut aufgehoben. Das war auch Sägescheiß. Ach, ich habe doch gesagt, hier. Ach, ich brauche ja mal eine Axt. Kiste? Kiste? Hat der? Warum blinkt der denn? Dann hat der nicht durchgehend Strom, doch. Der blinkt einfach nur, weil er Bock drauf hat. Der hat acht Updates. Die nehmen wir auch noch. Der kriegt das... Der kriegt das gar nicht so schnell rausgezogen. Man braucht auch keine acht Updates. Kiste? Kiste? Ah, da kommt er klar. Da stirbt schon wieder einer draußen in Heldentots. Fünf ist das Maximale, was da mit normalen... Ist auch egal. Heldentot? Ja. Warum ist da unten noch eine Biene? Warum ist da noch eine Biene? Der Honigpanda ist weg. Echt? Genau. Der hat da auch noch was Lustiges geschrieben, was ich erst jetzt lese. Und wird er wahrscheinlich nie erfahren werden, dass ich das lustig fand. Klasse. Okay, hier hast du die Kabel gelegt. Das heißt... Was hast du denn? Hast du Probleme? Nicht, weil ich gerade war. Ich muss ja an die... Na gut, nein, warte mal hier. Wenn du überlegst, möchte ich dich natürlich nicht stören. Das ist ja mal was Besonderes. Ja, das ist ganz besonders. Aber das Problem ist, ich muss ja mal gucken, wo ich das hingehen hau. Was hast du denn vor? Drei hoch, das passt. Die Dampfturbine. Ach, die Dampfturbine. Da müssen wir ein bisschen Platz für machen, ne? Drei hoch reicht, sagt sie. Ja, ich wollte gucken, in welche Richtung. Ob ich jetzt in... Deswegen habe ich hier ein Kabel angeguckt, weil ich... Hier rein, hier gehe ich rein. Ja, wir können das alles platt machen hier. Für dich. Also, am Ende ist es ja auch so... Man muss ja nicht bei einer Turbine bleiben. Genau. Wo hast du den Drill, den ich dir gegeben hatte, gemacht habe? Der ist in der Kiste. Welche Kiste? Wir haben drei Milliarden Kisten. In meine Kiste. Toll. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Du Ochse, ehrlich, ey. Ach, Ira war ja da. Ist der unten im Keller? Du hättest auch sagen können, dass die Ira da ist. Dass die Ira jetzt begrüßen können. Ira war da. Ey, es ist sehr krasse. Ist das im Keller oder wo meinst du? Ey, irgendwo. Ich weiß jetzt selber nicht mehr so. Was ist denn jetzt? Worauf ist hier eine Treppe nach unten? Irgendwo. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Super. Ehrlich, ey. Ich glaube, bei mir unten. Keller. Wo meine Position ist. So, Ohrproduktion. Alter, dem gibt es hier irgendwas. Das Ding kommt in irgendeine verdammte Kiste und ist weg. Ja, also wenn ich in die Kisten hier reingucke, dann weiß ich, den finde ich nie wieder. Wo bist du denn? Bist du da, wo meine Position ist? Wenn du in die Tür reinkommst, gleich links. Seht ihr hier einen Diamond on Drill? Ich sehe keinen. Ich würde dir jetzt rüberkommend jetzt zeigen. Aber warte, dann muss ich doch kurz hier verschließen, sonst... Guck mal, der hat Segen, siehst du? Ja. Den brauchte der für den ganzen anderen Scheiß, den er gebastelt hat. Genau. Also da sehe ich nichts drin. Und da ist ganz bestimmt nichts drin. Ja, das Ding ist für immer verschollen. Nein. Das ist leider so. Verschollen. Ich bin zu nager, das geht ja woanders hin. Was? Ich sehe da nichts drin. Mein? Da ist es voll. Für solche Ranzelrezepte. Oder bin ich damit gestorben? Nein, bin ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Nein, bin ich nicht. Ich habe dir ja nicht mitgenommen. So viele Kisten können wir ja nicht haben. Warum ist hier schon wieder die Tür auf? Warum ist hier... ein Loch? Wenn die Suche nicht wäre. Hier ist er doch, du Pfeife. Du blind Fisch. In der Baukiste. Na toll. Ausgezeichnet. Ja, hallo? Immer dasselbe mit dem Kerl. Ach du Scheiße. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ey, Mann. Was? Nein, ist schon gut. Da ist es ja viel. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ach so. Ich weiß auch nur eins. Hier. Drei. Drei. Eins. Hat der... Ach. Der sollte nicht die ganze Zeit am Strom sein. Mann. Weil ich glaube, der saugt ständig Strom, der Arsch. Der Vollarsch. Boah, Marienkäfer. Jetzt gehen wir noch nicht auf den Sack. Ey, der fliegt hier rum wie ein Wahnsinn. Oh, ich habe Licht gefunden. Ich habe Licht gefunden. Jippie. Echt. Beruhig dich einfach. Setz dich hin und genieße es. Dass Marienkäfer nicht einfach mal genießen können. Jetzt sitzt er genau auf dem Rand von Pluto. Das ist mein Hintergrundbild. Jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. So. Voll. Den auch nochmal voll. Hier. Was hier? Ey, jetzt kann ich auch wieder arbeiten damit. Jetzt macht das auch wieder Spaß. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte aber noch was vor. Ey, guck mal. Chris, erinnerst dich an den Scheiß? Ey, das war die erste Höhle, die war hier. Ja, ey. Wie sehr die sich verändert hat, nicht wahr? Hier hast du direkt einen Ausgang nach draußen. Mann, Mann, Mann. Das waren nur Zeiten. Was hast du vor ihr? Wolltest du richtig Platz schaffen, hä? Ja, was heißt richtig Platz? Ja, ich würde erst mal sagen, wir machen das hier auf bis da, oder nicht? Ja, aber du musst aufpassen, ne? Ich weiß nicht, wie das da oben aussieht, ne? Was, wo, wann? Ja, nach oben hin. Da ist einfach nur Decke. Ich meine, gut, du könntest nur eine Decke einziehen. Nein. Aber fackeln. Nein, aber fackeln. Ja, ich sag dir einfach, wie es ist. Möchte ich auch nicht anlügen. Ja, die größte war ich. Ich glaube, die Candles gibt es hier auch gar nicht, ne? Die konntest du ja, äh, in dem anderen, äh... Ach, apropos Candles, äh, ich hatte heute mal, äh... Infinity 1, 10, 2 ausprobiert, ne? Also, was da ist drin, ist der Lecken hier am Arsch. Aha. Was, aha? Muss man eben was machen. So, warte mal, ja, der Platz reicht ja. Kommt hier zu. Mann, das würde mich jetzt extrem wundern. Ja, aber wir können direkt mal... Ha! Ding, ding, ding. Der Lauf. Wo ist das Zeug? Neun ist jetzt krumm. Mach so. Ähm... Wie war das so? Natürlich nicht. Boah, na ja, der... Was da ist doch? Ich hab' die Karte da mit Wasser. Karte da? Wasser? Habe ich hier ne Crafting Box hier unten? Crafting Box. Ne Werkbank. Ach ja, da ist einer. Das ist kein Wasser. Das ist kein... Das ist ein Karten da. Ja. Das ist ein Karte. Das könnte ja sein. Das hätte mich jetzt nicht gewundert. Was hätte ich jetzt? Äh, was? Wo kriegst das denn her? Ja, ehrlich? Zentrifuge? Wo willst du mich da verarschen? Hey Kumpel, alles wird ruhig. Alles wird gut. Ganz ruhig bleiben. Ach, dafür hasse ich das Spiel ja, ehrlich. Warum, warum, warum ist das hier alles nur so zu? Oh, hier war keine Treppe. Okay, keine Treppen mehr. Ich guck mal gerade, die Größe reicht. Ja. Also, man kann ja immer schön, dann kommt hier das hin. Hier kommt mal eine Wasser hin. Wasserecke, wo mache ich meine Wasserecke? Okay, ich brauche eine Wasserecke. Haben wir kein Wasser hier? Nee, dann habe ich nur ganz hinten in der Ecke Wasser. Ja. Nee, ich mache hier, ich habe doch alles dabei. Ich mache mir hier so eine schöne kleine Wasserecke, wo ich flanken kann und so. Mach ich hier hin. So. So, und ich kann, äh, ich kann... Da kommt der Stinker hin. Also theoretisch. Da kommt's. Der da hin. Und weil wir den da stehen haben, ist der quasi da hin. So. Ich guck' unten. Ich hab noch... Wir müssen wieder craften. Der Chris macht das ja nicht für uns. Hallo? Ach nee, war von... Ein höher kam die... Nein, von einem tiefer kam die... Ja. Das ist nicht viel. Wo kam die her? Ah, die Kohle kommt da hinten. Ist jetzt ein Abzweigen. Ich sag mal nur 32 dazu, dann passt das schon. Nee, mach mal so. Die nächste bitte. Ah ja, da brauchen wir erstmal die für. Da brauchen wir erstmal das für. Gold. Warum hab ich den in der Hand? Das ist nicht gut. Goldkabel. Ich glaube, Goldkabel sind, äh, relativ aller... Werden da... So Goldkabel raus, wenn ich jetzt, äh, so mach? Das sollte auch erstmal für alles reichen. Gummi. Das dauert. Kann man da nicht mal irgendwo Goldpipes reinmachen, ey? Ja, ist schlecht. Aber da könnte man... Da könnte man... Aber hier... Da wird noch so was gehen, ja. Aber viel bringt... Tut's ja noch nicht mehr. Perfekt. Hier war alles. Ich bin ja schon fast da. Das heißt, der müsste jetzt hier... Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal eine Pinkelpause einlegen. Pipi. Pinke... 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 Pause... Pinke... Pause... Pinke... Pause... Egal, ich bin da angekommen, wo ich ihn wollte. So, jetzt brauche ich, äh, Leitung. Na, klasse. Das ist erstmal 20. Dein alles. Glas hat mich nicht ohne, ne? Ähm... Ich glaube, könnte sein, dass im Karten da noch Glas drin ist, aber ansonsten... Das wird auch vorne und hinten wieder nicht reichen, ne? Wir werden es sehen. Raus. Immer noch nicht automatisiert, das Thema hier. Aber so geht's auch. So, haben wir erstmal... Aber ich glaube, für die... Brauchen wir auch nochmal 6 Stück. Ah, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Die mach ich jetzt aber nicht. Die mach ich jetzt aber nicht, die mach ich jetzt aber nicht. Ne, 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 ne. Äh, Basic Machine... Gibt's ja mir... Ich hab ja schon 1 zu viel gemacht, sehe ich gerade. Mal gucken, was hab ich für Kisten hier unten. Äh... Ach, die Kabel, Mensch. Echt, er hat Gedächtnis wie ein Sieb, ehrlich, ey. Hatte Kopf wie Sieb, muss du notieren. Was soll ich machen? Habt du Kopf wie Sieb, muss du notieren. Habt du Kopf wie Sieb, muss du notieren. Schreib das mal eigentlich auch, dann vergiss das auch nicht. Ah, okay. Was soll... Sag nochmal genau. Was soll ich nochmal machen? Ne, ne, keine Zeit zu bringen jetzt. Der alte Mann muss ja arbeiten. 1, 2, 3, 4, und dann verließen sie ihn. Warum ist der denn hier unten drin? Ja, geht doch. Das reicht mir doch schon. Das ist doch schon am reichen Tun dran, der Seine. So geht das nicht. Erhöhe, dann mach ich das mal hier nicht. So einfach geht das nicht. Ähm, das heißt, advanced? Kleiner Pillemann, ey. 12 advanced, ey. Jetzt, da waren sie wieder mal in drei Probleme. Kleiner Pillemann. Äh, warum lachen du denn so, mein Freund? Äh, lass uns mal den ganzen Sack voll holen, hier. Kann ja nicht voll werden, ne? Wo ist der Sack ja nicht, ne? Oh, wieder falsch gelaufen wie ein Hornoxer, ey. Erstmal geht das jetzt. Holzkohle, perfekt. So, jetzt muss ich die Holzkohle wieder umleiten. Dass er hinten ankommt. Boah. Warum müssen hier die Treppe weg? Ey, Kumpel, ey. Du machst nur Scheiße, ey. Ja. Echt? Ja. Ich muss sagen. I'm so sorry for you. Ja, ich meine nicht. Ich meine ja mich selbst so scheißgeist. Ja, das stimmt auch. Ja, sag ich doch. Dann bin ich auch schon wieder bei dir. Pass mal auf, solange wie der das jetzt craftet, mach ich ein kurzes Pinkelpäuschen und bin in zwei, drei Minütchen wieder für euch da. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Ich läute das.